Boah, Dubstep-Kanone regelt. Ja, schon wieder so ein Pater. Achtung auf das rote Ding hier oben, da kommen die nicht raus. Gesprung. Noch ein Zug, der Weg. Hast du den gekriegt? Äh, den kill von dem Portal? Keine Ahnung. Ey, ohne Scheiß, ey. Wie kotzt mich das gerade an? Kollege will mich als Anrufner. Ich hab gesagt, Junge, ich hab keine Zeit. Das juckt ihn gar nicht, ey. Jetzt ruft er wieder 80.000 mal an. Ich versteh so Leute nicht, ey. Du sagst, du hast keine Zeit und es geht ihm da am Arsch vorbei. Wieder so ein schlechtes Portal. Ja, ist der Weg. Ah, jetzt brauche ich die Wiederbelebung. Keine Chance. Besten Dank und Oh ja, hör auf, voll Ding. Das ist gut. Oh, fuck. Ja, jetzt komm ich schon mit den dicken Raumschiffen an, oder was? Ja, klar. Als auch mehr so ein Zeug. Oh, ist die Hölle. Oh, dicken Raumschiff. Hast recht. Das ist nicht nur das dicke Raumschiff. Da ist jetzt auch noch so ein Wächter. Jetzt, jetzt übertreiben sie aber ganz. Klar, wie der ausweicht. Das ist logisch. Das ist gerade dumm. Ich bin in die Tankstelle gelaufen, das explodiert. Ey. Komm, Leben. So, ich bin gerade geflüchtet in eine Richtung einfach nur. Ich hab genauso viel Ding wie du. Nur mit dem Unterschied, dass mich der Wächter verfolgt. Ich hab nichts zum Aufladen. Ich finde keine Gegner zum Aufladen. Ich hab... Alter, ist verschwommen. Ich hab auch keine Ausdauer. Vielleicht komm ich noch hin. Ich versuch's. Der Wächter kommt dir entgegen. Soll er halt. Boah. Was für ein Vieh. Der kam auch gerade im richtigen Moment. Verdammt. Schade, dass man im Flug nicht schießen kann. Fuck. Habe ich schon... Also Spreng-Muni, weißt du? Hm. Mit, äh... Mit vollem... Mit vollem Schaden auf der Pistole. Und das Vieh geht trotzdem üblichst schwer da. Fuck. Ja, klar. Geh erst mal in Rage. Du Mongo. Ja, klar. Erwischt mich egal. Ey, ohne Spaß, Alter. Wo ist die Kacknudel hin? Ich wüsste nicht übes getroffen haben hier, aber... Boah, geht's hin. Don't forget, Powers will get the shield down. Boah. Ich brauche Leben. Mal. Zum Aufladen. Nicht nur du. Machst du die Laterne, die hier liegt. Ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr... Okay? Now the Ruggles. Ich weiß nicht ob das überhaupt irgendwas chillt. Holen wir mal die Schrot raus. Wenn die Schroten auf sind, benutze deine Kraft. Warte, jetzt muss ich grad nachladen. Leben, okay. Komme ich hier rein? Oh mein Gott, ey. Ich hab grad übelst im richtigen Moment aufgetaucht, dann in dich raus, egal, so. Jetzt lass mal wieder die Laune ein bisschen anheben, als wenn man nur am Ragen ist. Ja, es nervt halt schon ein bisschen, weißt du? Die kommen an, ey, zwei Schuss, bam bam, tot bist du, ey. Ich hab's gedacht, vielleicht noch mal an den Sammlungen einsammeln. Müssen wir denn eigentlich überhaupt hin jetzt? Aber jetzt Cop-Auto. Markier mal ein Ziel oder so in den Quest, dass wir da hin können. Oh. Das siehst du nicht auf der Ding? Ich hab keinen Quest oder nur Dings hier. Welchen, kannst du mir den Namen vielleicht sagen von dem Auftrag? Kann ich den selbst auch nochmal auswählen. Also mit dem, ähm, Dings? Da haben wir nur noch einen. Ach da. Jetzt hab ich's auch. Richtig, die Regeln der Realität. Jetzt hab ich's auch. Oh fuck, ich wollte doch gar nicht raussteigen. Hups. Nein! Nein! Ich hab so'n Wagen verschwunden einfach so. Ich hab grad meinen Wagen so ein bisschen zerschrottet. Oh je. Ich bin so dritt im Auto. Ich will dich, wenn ich muss. Ich will dich, wenn ich muss. Ich will dich, wenn ich muss. Ach du meine Fresse, jetzt fängt das wieder an. Mit den 10.000 Warps. Ach, da hab ich jetzt irgendwie ein Minispiel oder so ange... dort eine Minute nur. Weil ich muss hier, ähm, Entführer grad spielen. Und da ich sowieso da hinten hinfahren muss, kann ich jetzt einfach hier die Richtung fahren. Okay. Das ist cool, wenn du nach falschen Spuren fährst, wird das sogar angezeigt. Kriegst du Geisterfahrer angezeigt. Ja, das hält sich eine Grenze. Bei mir fangen jetzt wieder die ganzen Gewarps an, ey. Ja, bei mir auch. Die roten Dinger sind wiedergekommen. Ach, was haben sie denn gekommen? Ach, schade. Schade, schade, schade. So muss ich denn hin? Egal, ich gucke jetzt. Ich hab's jetzt zu fest angenommen. Klick und fertig. Jo. Mit Folge einfach. Wuppe, ey. Tausend Meter entfernen. Gott sei Dank. Okay. Lechne mal aus, dass der Legemaus hat. Wirf. Ich selbst fahr Autos. Okay. Ich muss mich also umfahren lassen. Jo. Ich sehe leider nicht, wer grad dahin ist. Ich wär grad dahin. Die dürfen fahren. Die dürfen fahren. Oh, I hate Kinsey right now. Oh, I hate Kinsey right now. Oh, I hate Kinsey right now. Oh. Oh. Where's the hospital? Jusend. Ich bin! Oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh! Oh, oh oh. Oh, oh. 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 Das ist nicht leicht, sie überfahren zu lassen. Das ist auch nicht. Die weichen auch noch aus. Ja. Wir müssen uns fünf Minuten überfahren lassen, dolly. Weiß ja nicht, wo die Arten hinbiegen wollen. Nein, jetzt, ah, schön. Ah. Warum mache ich das? Was hat gerade passiert? Ich mache dich jetzt. Nein, bieg doch nicht ab. Bieg doch nicht ab. Oh, das ist ein fette LKW, wenn man mich drüber ist, es gab 19.000. Hörst du euch selbst! Oh, du kannst das! Guck mal, guck mal auf den Betrag, Alter. Ja, 400 noch was. Von 600. Das schaffen wir, denke ich mal noch. Ich habe 250.000 gemacht. 250 mit einem Schlag? Ja, das ist mit einem Schlag. Ein paar Autos mitgenommen und so, Alter. So, was ist denn da? Das ist hingekriegt. Bam, 120. Wie hast du das gemacht? Wie? Ja. Ach, du musst einfach, äh, hochspringen. Dann dich fallen lassen. Und dann einfach Leertaste gedrückt halten. Da wirst du ultra schnell, da rollst du durch die Gegend und so. Das ist überall der Gegend.